Leben bedeutet für mich Urlaub von der Ewigkeit. Leben bedeutet Formen und Farben, Arten, Tiervielfalt, all das explosionsartig zu erleben. All das findet hier auf unserem wunderbaren Planeten Erde statt. Das zu erleben, das zu erfüllen, zu erforschen, daran zu wachsen, es zu genießen, zu feiern, zu tanzen, zu lachen, das alles ist für mich Leben. Ich interpretiere mein Bild so, dass die Farbenfreude, die mich in der Karibik erfasst hat, eigentlich das Sinnbild der Reihenform des Paradieses ist. Die Palme symbolisiert das Wasser des Lebens, die Kokosnuss. Das Boot steht bereit, damit man sich auf den Weg machen kann, vom eigenen Hier und Jetzt, vom eigenen Ich, sich zu entfalten. Aber auch natürlich hinter dem Horizont geht es weiter. Also es endet nicht einfach hier, sondern es ist die Unendlichkeit, die einen ruft. Ein Herz für Kinder bietet eine ganz, ganz wichtige Plattform, die darauf aufmerksam macht, dass es nicht alle Kinder gut haben auf dieser Welt. Und die Kinder sind die Essenz des Lebens. Das ist unser größtes Glück. Und das müssen wir behüten und beschützen und fördern und unterstützen. Für Kinder insbesondere, aber für uns alle, ist Ernährung extrem wichtig, weil sie die Grundlage allen Lebens bietet. Nur eine gesunde Zelle kann sich entfalten. Wir müssen den Artenschutz, den Naturschutz und den Umweltschutz unseren Kindern beibringen. Und Ernährung ist ein ganz wichtiger Baustein, der alles verbindet.